Mama, was machen wir heute? Heute wird's wieder tierisch. Wir fahren in den Wildpark Ekeult. Juhu, wir lieben Tiere! Der Wildpark Ekeult ist ein wunderschöner Wildpark. Er ist sehr weitläufig und daher nicht zu überlaufen. Für Kinder gibt es viele Erklärungen und alle paar Meter schöne Spielmöglichkeiten. Hier könnt ihr im Park eine kleine oder große Runde wählen. Beide sind gut ausgeschönert. Es gibt mehrere Toiletten im Park und diese sind sehr sauber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lustig, die hängen im Galaten am Bau. Oh, wie süß, das ist ein Fahrrad zu. Oh, wie süß, das ist ein Fahrrad zu. Hier könnt ihr ein lustiges Erinnerungsfoto machen. Hier standen wir sehr lange. Und die Pflanzen sind total niedlich. Komm in die Hexen zum Verstecken. Das ist aber ein schönes Herbst und das mitten im Wald. Das ist ein schönes Herbst. 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 Jetzt sind wir fast am Ende angekommen. Jetzt geht's zum Turm auf den Spielplatz. Juhu! Schade, dass man im Moment wegen Corona nicht im Ziegengehege reingehen darf. Das ist ein schönes Herbst. 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 Bis zum nächsten Mal.